Da gibt es Munition, hier vorne. Ja, ich habe es schon gesehen. Nochmal Granaten, ne Minipack. Minipack ist gut. Oh, Vorsicht, da. Bleib mal draußen, da sind schon welche. Dann schmeiß wir doch gleich die Dinge hin. Ja, dann schmeiß mal rein. Schmeiß mal ein Geschütz auch gleich vor der Tür. Und der Rückzug, ne? Na. So, hast? Ja, genau. Drohne raus. So. Nochmal. So, go. Boa. So. So. vor lauter schrift kann ich mal nicht sehen was da hinten passiert naja die werden schon herkommen Da latscht einer rum, wird von der Drohne angegriffen. Ja, meines ist ein Cooldown. Ein Doktor läuft hier noch umher, oder zwei Doktoren. Schon wieder einer weniger. Ja, ha, 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 ha. So, ich geh mal wieder ein Stück vor. Ah, nur ein Stück, nur ein Stück. Ein Müh. Alten, da kommt schon der nächste Angewetzte. Das wird helfen! Boah, was für ein Licht hier! Ich bin der Ding! Jetzt! Das schwebt von unserem Entdeckten. Jo. Dann lass mal die Drohnen und Geschütz machen. Aber mein Geschütz ist auch gleich wieder weg. Mein Geschütz ist jetzt weg gleich. Jetzt ist es weg. Jo. Dann werden sie ein bisschen vorstürmen. Gleich. Ist die Stürmung seitlich weg. Ja, weil der Drohne da noch umher fliegt. Hm. Ich komm zu dir! Komm, machen Onkel Doktor weg. So. Doktorle ist weg. Einer läuft da noch. Da geht die Drohne jetzt hin. Ja. Wenn sie es schafft. Die Drohne hat's... Ja, die hat's schon... Die hat nicht mehr genug. So. Deine Drohne kannst du aber auspacken, ne? Die ist schon wieder mal bereit. Da kommen gleich die nächste Angewetzte. Die Drohne nicht, aber es ist Geschütz ist bereit. Das ist schon mal gut. Da muss ich aber reingehen. Ja, da kommen die nächsten schon. Mit Panzer. Mit Panzer. Ja. Jo. Der fährt gleich wieder zurück. Jo. Hm. Jetzt kann ich mir die Drohne. Jetzt ist nur noch die WLAN-Tussi. Hm. Erstmal, erstmal, erstmal. Kommt bestimmt gleich noch näher. Ja. Die ist auch weg. Jetzt kommt die nächste Welle. Die kommt von da. Die kommt jetzt hier durchgestürmt. Die will rein stürmen. O Against! Der wirklich? Ja! Das war's. Jetzt ist der Mitte. Das ist jetzt los. Das ist der Mitte. völlig gleichs. Panzer fährt hier jetzt durch die Gegend, der versucht uns jetzt zu umfahren, von rechts rüber zu kommen. So, mein Trönchen ist weg, oooohh. Niemand ist da schön aktiv. Ja. Alles Licht ist immer gruselig, ne? Ja, also warum sie das machen, ist mir schleier. Ja. Ehrlich. Kann's ja nicht davon schießen. Siehst du nicht die Bohnen? Ne. Da, warum sie da einen Scheinwerfer hinstellen. Damit du es schwieriger hast. Ja, ja. Du kannst es nicht kaputt machen. Ne. Ich rutsch mal kurz rüber, so. Damit ich da den Scharf schütze runden. Oh. Der ist... Da ist aber nur ein Star. Ja, 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 ja. Da ist ja noch ein Hund. Der wirft doch mit Granaten, der ist doof. Der spinnt doch wohl. Da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten angesetzt. Der Panzer, der müsste ja gleich kaputt gehen, ne? Mhm. Okay. Einparken. Haben wir's. Gut. Haben wir's. So. Nochmal kurz zurück. Munition einsacken. Jetzt halber. So. Einmal Munition. 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 Ähm. Siehste? Schon sind wir auf Etage 54. Sooo. Schrei nicht. Ne, ne. Ich mach Tür auf. Yes. Hööö. Was ist? Wenn ich... Sei dein Sinema im Bällchen. Das sind Schwäge. Jo, die sind schon wieder auf dem Flur hier. Ich schmeiß meine Geschütz mal durch die Tür. Und Drohne raus. Da gehst du durch die Tür ganz gemütlich. Da stehen da zwei und quatschen. Die gehen nicht so weit fort. Die kommen gleich um die Ecke durch die Tür. Dann geh ich mal die Kronik und bei mir nichts machen. Und wenn, dann geh ich mal von Deckung zu Deckung. Dir schon im nächsten Raum. Höhö. Geschütz wieder zusammenbauen. So. Da ist noch ein Hund oder so. Irgendwas ballert hier sinnlos in der Gegend drum. Naja, sinnlos nicht. Der versucht ja die Drohne zu kriegen. Meine Drohne, auch meine Drohne. Die sind nur ab, die wir... Das ist das. Er schießt wieder mit Kanonen auf Batzen. In die Köp. Ich geh mal gucken hier. Was hier Sache ist. Aha, 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 aha. Okay. Äh. Oh. Da schießt jemand auf mich. Der liegt. Jo. Wenn ich da in der Deckung sitze. Also du bist durch deine Tür, wo du sitzt. Aber ja. Na. Ist wieder blöd. Ein Ding ist zu. Eins ist offen. Ja. Die wollen das nicht so leicht machen. So meine Drohne fliegt doch. Wieder rein. Aber ist gleich weg. Zeit gleich abgelaufen. Bei mir ist es... Zeit zur Hälfte und über die Hälfte. Ja. Von da aus könntest du dein Geschütz reinschmeißen. Nio. Sichtig. Vor der Tür. Hooo. Stack sicht. Stack sicht. Neh. T estiver. Tiefs. Sieh. Tiefs. 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 Er ist. Tiefs. Er ist. Da ist der Scharfschütze. Da ist der Scharfschütze. Kommen die nächsten angewetzt. Du bist ganz draußen, du bist im vorderen Raum hier, ich bin links von dir, wenn du willst. Jaja, ich seh dich dort, ist das ich seh dein Zeichen. Das reicht. So, da kommen die nächsten angewetzt, siehste, kommt her gestürmt. Liebe Leute, kommt her. Kommt her, wir brauchen euch. Können wir einen Doktor da aufbauen? Ist nicht. So. Mein Geschütze ist down. Das ist auch nicht, aber einer. Ja, wenn die Geschütze nicht mehr vor der Tür stehen, dann kommen sie reingelaufen. Versuchen sie zumindest. Und der frech rein, du. Ja. Obwohl mal Geschütze aktiv ist jetzt, wo der Tür steht. Ja, aber steht vielleicht so ungünstig, dass er ihn sich da anvisieren kann. Das ist es, der steht genau hinter ihm. Wo steht denn Geschütze denn? Da, ja, ja, ja. Ja, seh ich, seh ich. Der hätt, der hätt's erwischen müssen. Ja, der war so schnell. Wahrscheinlich, ja. Also hab ich ein lahmes Geschütz. So zu sagen. Ja. Ich geh schon mal, ich geh schon, ich geh schon mal. Doch, doch, da ist noch einer. Kannst ja mal ein bisschen rausgucken mit der Drohne. Ich geh mal kurz zurück, bisschen Munition für wieder auffüllen. War doch hier, oder? Ja, ein Stück weiter, ja. Oder warte, ganz weit. Zweiter und weiter, glaub ich. Äh, echt? Ja. Ja. Na, dann lass ihn da. Wird schon reichen, sag ich mal. Wenn er jetzt noch der letzte ist da. So. Achtung, Luftdetonation. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja. Da ist er. Da ist er. schicken. Ich kann die Drohne nicht hinschicken. Warum nicht? Er ist auch um der Ecke. Kannste auch um die Ecke gucken. Muss mal rausgucken und den hinschicken. Kannste auch drauf schießen, ja. Guck mal, wenn du drauf schießen kannst, dann kannst du die Drohne hinschicken. Hatte ich gerade, habe ich gerade gemacht. Sie wollte gerade standen, aber dann... Ja, dann hast du sie erschossen. Dann hat sie gesagt, nee, mach ich doch nicht. Ich fliege da nicht hin, wenn er da hinten tot schießt. Ja. Nö, 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 lass nicht auch mal was tun, ne. Also war das Ziel weg und da geh ich nicht hin. Genau. So, jetzt kommen wir wieder zu der Stelle. Kommen wir auch sehr bekannt vor wieder. Dass wir auch schon mal rausgelaufen sind wieder. So, ich mach mal die Tür auf, ne. Ja. Okay, geht Tür hoch. Hier gibt es natürlich keine Munition, muss Handgranaten. Vielleicht gibt es oben welche da. Ja. Nach Übeligkeit, vielleicht haben wir Glück. So, ja. Ist das gut. Okay, hier schon wieder ein Raum mit offener Tür gefällt mir gar nicht. Nee. Wenn die Tür schon offen ist, dann laufen wir schon rum. Da heißt das nichts gut ist. So, ich geh mal links von der Tür und dann schmeiß mein Geschütz... Oder willst du erst mal dein Geschütz... Geh mal links von der Tür in Deckung. Ja, warte mal. Ich geh mal da drüber. Und dann schmeißt du den Geschütz dahin. Ja. Das mach ich jetzt grad. Ja. Wenn wir mal schauen, wo ich das Geschütz hinschmeißen. In der Mitte. Ja, dann würde ich auch machen. So, weg da. Weg da. Ich will auch dahin. Ja. Ich will auch. Ich will auch. Ja, bevor sie dein Geschütz entdecken. Und ich was nicht mehr hinschmeißen kann. So, ich mach da hin. Pack da eine Drohne raus. Und dann kannst du den wegschicken. Wenn jemand kommt. Es kommt keiner. Ja, erst mal reingehen. Nee, bloß den Bereich sichern. Okay. Brauche wir bloß einmal schießen, denn kommt da eine. Meinst du? Ja. Ich geh in Deckung. Da wird schon einer kommen. Da muss ja nicht vor der Tür stehen. Komm zurück. Alles arbeitet noch ordnungsgemäß. Gut. Alles arbeitet noch ordnungsgemäß. Gut. Na, deine Drohne hängt über den Kopf. Ja, die ist doch rausgeflogen gewesen. Ja, die kommt aber auch immer zurück. Weil die derzeit keinen Gegner findet. Hier sind genug Gegner, die du anvisieren kannst. Ohne an der Tür zu stehen zu müssen. Heute fallen die wieder schneller rum, ne? Ja, heute gibt's keine Schwierigkeiten. Ja. Und auch mit den Gelben. Die Gelben fallen auch um, wie die... ...wie es sich als so gehört. Ja. Ja, das ist es ja. Das Spiel ist nicht konstant, was die Werte angeht. Ja. 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 Da ist es meine Drohne. Kann man nicht. Kann die schon? Nein. Kann man nicht. Kann die schon? Ah, mein Dings könnt ich. Ja. 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 Ja, hast dich vor die Füße gestellt. Ja, musst du hier. Weil, ich muss es wieder aufnehmen. Was gehst du jetzt raus? Damit ich das Geschütz hinstellen kann. Dann muss das schneller gehen, gleich stehst du unter Strom. Ja. Hehehe. 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 Kümmere dich um dein Geschütz, nicht um die Gegner. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Jetzt habe ich es geschmissen. Na ja, dann räumst du wieder ein. Jetzt habe ich es geschmissen, Mensch. Mensch, ey. Dann packst du wieder ein, ey. Hehehe. Schill mal deiner Bies. Oder wie war das? Hehehe. Nee. Tut mir leid, es ist nicht meine Sprache. Meine auch nicht. Komm mal wieder auf den Teppich, Alter. Los. Ja, ja, klar. Kann die Tür aufmachen, oder? Nee, der Neutrono ist noch nicht im Cooler, ne? Die ist noch im Cooler, ja. Oh, hier liegt schon der Schlüssel um die Ecke. Guck mal den Baum hier in der Ecke an. Der zittert auch schon vor lauter Espen, äh, wie Espenlaub. Der hat auch Angst. Bei mir ist das Baum hier nix. Bei mir, ja, da ist ein alter Weihnachtsbaum. Der zittert vor sich hin. Der ist aber nicht immer beleuchtet. Nö. Ich weiß doch, die Energiewende. Oh, hier ist schon wieder die Tür auf. Eieieiei. Eieiei. So. Eine Deckung. Eine Deckung. Nicht ein Fitzel Deckung. Aber nicht wirklich, nicht ein Fitzel Deckung. Erstmal sehen wir, was wir hier drinnen machen müssen. Ich gehe mal kurz rein. Den Bereich sichern. Ja, entweder bleiben wir hier drinnen. Notgedrungen. Du kannst zwar hier in den Arm zurückflitzen. Ja, da müssen wir in den Raum zurückflitzen. Ja, gut, da guck mal was willst du hier drinnen. Du kannst was hier in dem Raum hin und der flitzen. Hier ist null Deckung. Aber null. Da steht nicht immer ein Kistchen. Nicht mal ein Container. Nee. Aber du kannst dich hier zum Automaten zurückbegeben. Da kannst du dich in Deckung begeben, ne? Ja, ja. Das ist sowas das Einzige. Das Einzige. Und du könntest dich in der Deckung hier in Globis. Nee, hier ist auch keine Deckung. Schade. Vielleicht ist das eine Kistel Deckung. Nee, dann kannst du bloß einen Raum weiter zurückziehen. Dann machen wir das auch. Ja. Dann schmeißen wir die Geschütze hier auf den Boden. Komm mal weg von der Ecke. Macht einen nervös. Dann macht einen nervöser, wenn du am Laufen bist. Dreh dich mal oben. Dreh dich doch mal oben. Ich bin doch nicht am Laufen. Du bist am Laufen. Bei mir ja. Hast wieder einen Laufpack. Hier, wo ich stehe, hier stellen wir unsere Geschütze hin. Wollt ihr jetzt gar nicht werfen, sollte er nicht runterstellen. Na gut. Dann machen wir unsere Geschütze hin. So, hier auf dem Weg. Auf dem Weg können wir Geschütze hinstellen, genau. So, und dann? Und dann schicken wir unsere Drohnen rein und ziehen uns einen Raum weiter zurück. Und dann kommen sie nämlich hergelaufen. Dann kommen wir von da, wenn sie reinlaufen, zu uns. So. Ich schicke jetzt meine Drohne los. So, jetzt schicke ich mal los. Ja, du nicht. Hast du schon ein Ziel? Ja, da stehen genug Ziele. Brauchst deine Drohne rauspacken, dann siehst du die gleich. Wattstelle. Wattstelle. Zurück, zurück, zurück. Die ist natürlich gleich kaputt gegangen.